Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, ich bin ein Hunter-Biker. Wäre jetzt... Wäre jetzt schlimm, wenn es andersrum wäre. Ah, Ritali. Ja, geht sicher. Ganz klar spart ins Bett. Lieber auf den Langrauf-Ski. Fühlt sich irgendwie einfacher an. Mit Ketchup. Ich habe ja zwei Strafrunden gemacht. Zwei Strafrunden. Das tendiert nicht meine Rennen. Lieber kalte Finger. Das habe ich sowieso. Kalter Kaffee klar. Ja, lieber den Schnee am Winter. Winter.